Hallo, willkommen aus dem Schnäppchenkeller von profischnapp.de. Mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen jetzt zwei Neuheiten vom Keunur, vom Keunur, aus dem Hause Keunur. Zwei Drehsessel Ixus in einem wunderschönen, hellen Webstoff, drehbar, deshalb Drehsessel. Auf edelstahlfarbigen Teller, nein, doch, Tellerfuß. Etwas höher in der Form, sehr schön soft gemacht. Ich kenne sie noch nicht, also ich glaube, die sind neu. Oder sind Sessel, die es nur für einen bestimmten Kunden gibt. Sie können den komplett rumdrehen, allerdings ist hier eine Sperre drin, damit Sie das nicht abdrehen, das Gewinde. Und das Ganze ist extra soft gehalten, sodass man richtig drin sitzt, also auch nicht zu fest sitzt, sondern eher mittelsoft. Und dann hat es hier schöne Spitznähte, die die Linienführung betonen. Ein schöner Zustellsessel für Ihr Wohnraum, um zum Beispiel zusätzliche Sitzplätze zu schaffen. Hocker ist hier jetzt keiner vorgesehen. Das würde natürlich das ganze Ding auch wesentlich größer machen. Da kann man sich einfach so zwei Würfel holen. Einfache Würfel, wenn man will, haben wir auch im Programm, um die Beine hochzulegen. Wir verkaufen jetzt diese Schnäppchen, die wir bekommen haben von Keuner im Set, für 1.750 Euro. Also umgerechnet unter 900 Euro je Stück plus Versandkosten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dürfen Sie mich gerne telefonisch kontaktieren unter 0173 8089748. Wenn diese beiden Sessel auf der Homepage von uns profischnapp.de nicht mehr vorhanden sind, sind sie verkauft. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensessel sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de